Ein Komiker wurde in der Ukraine zum Präsidenten gewählt. Das ist kein Witz, das ist Realität. Doch wer ist dieser Komiker Zelensky eigentlich? Ist er etwa nur eine Marionette, ein Bauer auf einem Schachbrett, wie ihm Kritiker vorwerfen? Und welche Macht steht tatsächlich hinter ihm? Gibt es einen dunklen Paten, einen sogenannten Drahtzieher hinter den Kulissen? Und wenn ja, wer ist dieser Puppenspieler? Diese und weitere interessante Fragen werde ich in diesem Video beantworten. Bleib also dran, hier ist Studio Berlin. Die Ukrainer haben einen Komiker zu ihrem Präsidenten gewählt. Volodymyr Zelensky gewann die Stichwahl gegen den bisherigen Präsidenten Poroschenko deutlich mit 73% der Stimmen. Bei einer relativ geringen Wahlbeteiligung von etwa 52% im zweiten Wahlgang. Der Schauspieler und Komiker Zelensky gehört zur jüdischen Minderheit in der Ukraine an, die etwa 0,05% der Bevölkerung ausmachen. Er bekennt sich offen zu seinem Glauben und bezeichnet Israel als seine zweite Heimat. Wow! Was für eine offene und tolerante Gesellschaft, in der ein Vertreter einer Minderheit, ein Außenseiter, es bis zum Amt des Präsidenten schaffen kann, könnte man meinen, wenn es nicht etwas komplizierter wäre. Die Ukrainer kennen diesen Komiker bereits seit Jahren aus einer erfolgreichen Comedy-Serie. Slua Narudu. Bitte nicht verwechseln mit Naruto. Slua Narudu bedeutet Diener des Volkes, so heißt diese Serie. Sie läuft bereits seit 2015, also seit vier Jahren auf dem zweitgrößten ukrainischen Fernsehsender 1plus1 mit einer sehr hohen Einschaltquote. Die erfolgreiche Serie wurde übrigens inzwischen von Netflix eingekauft. In dieser Serie spielt der Komiker Zelensky einen Lehrer, der zum Präsidenten des Landes wird und als sympathischer Politiker gegen die Korruption kämpft. Also seit vier Jahren kennt die Bevölkerung der Ukraine diesen Zelensky bereits als Präsidenten. Bisher nur in einer Fernsehserie. Jetzt wurde diese Serie allerdings Wirklichkeit. Ist das Zufall? Oder diente diese Serie etwa als Vorbereitung auf die tatsächliche Kandidatur Zelenskys? War das alles geplant? Sollte die Bevölkerung auf Zelensky als Präsidenten eingestimmt werden? Wurde die Kandidatur von Zelensky vielleicht von langer Hand vorbereitet? Dafür spricht einiges. Wie bereits erwähnt, heißt die Serie Diener des Volkes. Die Partei, mit der Zelensky nun zur Wahl antrat, bekam denselben Namen. Diener des Volkes. Slua Narodu. Der Fernsehsender 1plus1, der auch die genannte Serie ausstrahlt, hat vor und während der Wahlkampagne ihren Serienstar Zelensky massiv promotet. Zelensky hat mit dem Sender einen Vertrag bis 2022. Die ganze Sache wird noch interessanter, wenn man genau hinschaut, wem dieser TV-Sender 1plus1 eigentlich gehört. Der Sender, der hierzulande mit RTL verglichen werden könnte, gehört einem Oligarchen, einem der drei reichsten Männer des Landes. Sein Name ist Igor Kolomoisky. Er besitzt neben der ukrainischen Staatsbürgerschaft auch die israelische Staatsbürgerschaft und die von Zypern. Zur Zeit lebt er in Tel Aviv, der Hauptstadt Israels. Sein Vermögen wurde 2011 auf 6,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Inzwischen soll es etwas weniger geworden sein. Kritiker werfen ihm vor, der eigentliche Pate und Drahtzieher hinter dem neuen Präsidenten zu sein. Der Pate aus Tel Aviv soll in jungen Jahren sein Geld mit Schachspielen verdient haben. Ist der neue Präsident also vielleicht nur ein Bauer, eine Schachfigur auf dem Schachbrett des Oligarchen? Wird die Ukraine demnächst aus Tel Aviv, also aus Israel, regiert und gesteuert? Recherchen ukrainischer Investigativjournalisten belegen, dass Zelensky in den vergangenen zwei Jahren elfmal nach Genf reiste, dem damaligen Wohnsitz des Oligarchen. Als der Oligarch Kolomoisky seinen Wohnsitz nach Tel Aviv verlegte, besuchten Zelensky und seine Mitstreiter ihn auch dort. Zuletzt waren sie wenige Tage vor der Ankündigung von Zelenskys Kandidatur am 31. Dezember in Israel. Hat sich der Komiker und neue Präsident der Ukraine während dieser vielen Besuche etwa neue Anweisungen von seinem Paten eingeholt? Der Verdacht liegt nahe. Natürlich spielt Zelensky diese Begegnungen mit dem Oligarchen herunter. Sie hätten nichts mit der Präsidentschaftskandidatur zu tun gehabt, doch entkräften konnte er die Vorwürfe nicht. Der Oligarch und Multimilliardär Kolomoisky ist in der Ukraine sehr unbeliebt. Er ist ein typischer Vertreter der alten Oligarchengarde, die sich die Wirtschaft der einstigen Sowjetrepublik unter den Nagel gerissen und die Ukraine über Jahre ausgeblutet hat. Bergbau, Stahl, Energie, Medien, Politik, überall mischt er mit. Im Rahmen der Kampfhandlungen während der Krise in der Ukraine 2014 erklärte Kolomoisky, er zahle für jeden verhafteten pro-russischen Separatisten ein Kopfgeld in Höhe von 10.000 US-Dollar, was er dann auch tatsächlich gemacht hat. Kolomoisky steckte viel Geld in die Gründung und Ausrüstung von mehreren freiwilligen Bataillonen, die ein weiteres Vorrücken der pro-russischen Aufständischen verhindern halfen. Berüchtigt ist vor allem das Bataillon Assov, das zu einem Sammelbecken rassistischer und rechtsextremer Kämpfer geworden ist, obwohl Geldgeber Kolomoisky selber Jude ist. Die USA haben Assov inzwischen als nationalistische Hassgruppe auf die schwarze Liste gesetzt. Moment mal, ein jüdischer Oligarch als Geldgeber und Begründer rechtsextremer Militäreinheiten? What the fuck? Es klingt wirklich so, als wären wir in einem falschen Film. Die Einheiten sind heute zwar dem Innenministerium unterstellt, verfügen jedoch noch immer über eine enorme Macht und sind loyal gegenüber ihrem einstigen Geldgeber und Begründer, dem Oligarchen Kolomoisky. Bei Streitigkeiten im Energiebusiness ließ der Oligarch damals sogar bewaffnete Kämpfer aus seinen freiwilligen Bataillonen wie eine Privatarmee in Kiew aufmarschieren, um seinen Besitzstand zu verteidigen. Aber auch sonst ist der Oligarch Kolomoisky nicht ganz koscher. Wegen Verdachts auf Auftragsmorde und Entführungen haben die Russen ihn international zur Fahndung ausgeschrieben. Auch in der Ukraine und in den USA laufen Strafverfahren gegen ihn. Nach dem Präsidentschaftssieg seines Züglings ist nun anzunehmen, dass die Strafverfahren in der Ukraine gegen den Oligarchen fallen gelassen werden. Der Oligarch hat inzwischen angekündigt, dass er nach dem Sieg Zelenskys in die Ukraine zurückkehren werde. Vorher wird der neue Präsident wohl dafür sorgen, dass diese Strafverfahren eingestellt werden. Interessant ist auch zu sehen, wie die interessengesteuerten Medien hierzulande auf den Präsidentschaftssieg des Komikers und Schauspielers Zelensky reagieren. Sie stellen ihn uns als jungen, unverbrauchten Hoffnungsträger vor, der es als Außenseiter geschafft hat, sich gegen die verkrustete politische Elite durchzusetzen. Erwähnt wurde zwar, dass der bisherige Präsident Poroschenko ein Oligarch ist, doch es wurde in der Berichterstattung vermieden, darauf hinzuweisen, dass hinter dem angeblichen Außenseiter, dem Komiker Zelensky, ebenfalls ein Oligarch steht, der die eigentlichen Fäden im politischen Puppentheater in der Ukraine zieht. Ein Oligarch, der alles andere als koscher ist. Was denkt ihr? Was ist eure Meinung zu den Wahlen und Entwicklungen in der Ukraine? Schreibt eure Meinungen in die Kommentare und abonniert diesen Kanal, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Alles Gute und bis bald. Wünscht euch Studio Berlin. Gute und bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020